klar klammern seit ihr denn klammern lizenz aufgefüllt was machen wir schulden ist falsch nicht zufällig also mainland falsch repair falsch ordering falsch ja danke laden ja ich glaube ich sollte immer vor einem pc speichern pack mal die waffe weg nein ich habe ein blatt aufgehoben wollte ich jetzt nicht aber macht nichts also ziehen wir uns das ganze hier nochmal rein wieder mit neuen wörtern aber aber da habe ich ja noch mal einen versuch da eintrag entfernt wenn denn einer kommt wenn denn einer kommt da nix nix eintrag entfernt gut gut noch drei versuche refug oder so ähnlich refug also war es anscheinend also aktuelles inventar das und aktuelles inventar das ist unbekannt protokolle eintrag könnte das ja heißen könnte aber nicht so sein 18 36 sag ich jetzt mal eintrag 1836 in letzter zeit kommen weniger nachschubslieferungen als früher ich habe den funk offizier eingefragt ob es kommunikationsprobleme gebe und er meinte es sei alles in ordnung ich kontaktierte unsere unsere versorgungsbasis und dafür dort lediglich alle anfragen seien bearbeitet und jeder einzelne gegen äh gegen stand stand gegen also wenn man stand mit st ach gegenstand auf meiner liste ans lager geliefert wort entweder belügt man mich oder jemand fängt unsere lieferungen ab ich muss dir die sache näher untersuchen und 22 57 ich entschloss mich in meiner freizeit mal die handelsroute abzugehen und auf auf der die güte ins camp geliefert werden unterwegs traf ich einen reisenden und fragte ihn ob er für camp searchlight bestimmte rnk nachschubslieferungen gesehen habe er erzählte er habe gesehen wie man einige rnk kisten aus nippen herausgebracht habe wissen aber nicht wohin und er meinte die männer haben nicht wie rnk soldaten ausgesehen wenn ich das nächste mal lange genug frei habe muss ich nach nippen mal sehen ob dort jemand was weiß vom äh verbleib der versorgungsgüter ok ja moment mal self action achso stimmt wir hatten immer ausgeraubt dann erklärt das einiges prospektor da was gibt's denn jetzt schon wieder ich habe herausgefunden wo die strahlenschutzanzüge sind ich sag dir mal was bring uns diese anzüge und du kannst zusammen mit uns die stadt plündern und deinen anteil behalten ok das kann ich machen sprach 33 50 hierfür sollte ich lieber einen größeren anteil bekommen ja geht leider nicht aber fick dich du kriegst so viel wie alle anderen auch schade gut ich mach's gut dann geh mal los ach so ein elendiger glücksrad glücksrad nach nippten ach moment mal die haben noch so ein gewinnspiel öh es stand gerade dran yxlad mit jemandem dem nippten über die verschwundenen strahlenschutzanzüge sprechen ja und so rnk heinie haut ab dann gehen wir mal dahin ich entferne mir meine markierung und wir gehen nach nippten oder machen schnellreise ähm redex gut passt da eh ja und mit wem soll ich hier sprechen unser hund prügelt alle nieder und ich krieg dafür punkte ist halt schon genial kann ich die diesmal los machen nö ups ihr pulverbanditen ihr seid auch ich erlöse euch lieber äh schmerzlos also halt schnell ja mit dem soll ich jetzt hier sprechen das war aber schon hier nein ich wollte abschießen oh die punkte gute frage mit wem soll ich hier sprechen und sehen uns mal an was bei den aufgaben so ist mit jemandem im nippten über die verschwundenen strahlenschutzanzüge sprechen wir sind doch jetzt im nippten natürlich so von dem her passt es dann schon mal entweder gehen wir in den nippten hall oder suchen nochmal wo wo war nicht mal da hinten wer ich glaube die nippten hall ist total ausgestorben gewesen also versuche ich mein glück mal hier kann sein da ist doch mal wer ja ich komm drüber hm und wo finde ich da jetzt bitte schön jemanden nippten sehr schön äh aber ist hier irgendwie jemand der hier rumsteht ich weiß wir sind da jemandem begegnet am anfang der sich wirklich gefreut hat dass er überlebt hat aber da ist jetzt wohl keiner mehr ja ja schön dann suchen wir hier mal jemanden was sich als schwieriger weisen könnte was haben wir denn hier in nippten ähm trading post gut da kann ich reingehen gemischt waren laden na fett lebt da ja jemand kaum vorstellbar aber da lebt jemand natürlich ach ich habe mich erinnert der mit seinen komischen füßen ja nicht komisch aber die war kaputt kann ich irgendwie sein laden plündern heimlich ohne dass er es merkt dahinten sitzt er nein er wird es nicht merken was liegt da denn das mit atomzeichen hm gummibonbons da waren wir glaube ich aber da gab es nichts ich glaube es einfach mal safe ist leer das heißt schon mal dass wir wahrscheinlich hier waren vor einiger zeit ja ich glaube wir waren mal hier weil alles ist leer naja sprechen wir jetzt mal direkt so an lalalala was liegt da oh vertäter woche werden wir mitnehmen und was sagst du was ist denn das für ein scheiß spiel erst zerschmettert man meine Beine dann taucht auch noch der Schrecken der Pulverbanditen höchstpersönlich auf was haben sie bloß gegen uns wenn sie mich verdammt nochmal tot sehen wollen dann geben sie mir 15 medics und ich setze mir den goldenen Schuss ja scheiße auch ja habe ich so viel dabei soll ich na ich sag erstmal was mit dem rnk vorräten wissen sie jetzt was über die über irgendwelche rnk vorräte ich sah wie einige legionärsche kisten in einer Höhle nördlich von hier schleppten könnte rnk kram gewesen sein keine ahnung gut dann wissen sie wir es ja schon ich habe mich um diese sklavenkarawane gekümmert hatten wir da Mission ok wissen sie was wirklich schön gewesen wäre wenn sie früher aufgetaucht wären und mich gerettet hätten bevor man meine Beine zermatschte jetzt verpissen sie sich und lassen sie mich schlafen mein Held das wäre auch wirklich schön ich glaube wir geben dem nicht die medics durch wir könnten die natürlich so schön umbringen damit er selbst seine du hat aber die sehen noch ziemlich ganz aus ich will ihn nicht beklauen er hat eh nix dabei äh ja ich sehe nun mal nach wie viel ich denn habe wenn ich welche habe vier toll dann müssen wir schon mal ein bisschen mehr da hinten nördlich von hier schauen ob hier die Position noch richtig angezeigt ist ja beim kojotenbau reisen wir gleich mal dorthin weil es ein ewiger Weg wäre dorthin zu laufen ähm nicht versteckt aber wir müssen eh nicht hierher zu den kojoten sondern dann ja woanders hin und das wäre dort wo die böse markierung ist sind es auch kojoten so gut kann ich mich glaube ich gar nicht verstecken ja wenn er kommt kriegt er eine kugel rein dann passt das schon ach ja kojotenfleisch ne lass mich da äh lass mich hüpfen ja da 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 da